ein wunderschönen guten morgen und herzlichen willkommen auf meinem kanal da ich bin heute in einer britischen ehemaligen siedlung die seit 2009 leer steht und wie es jetzt hier aussieht das seht ihr gleich ja hier sind noch einige häuser seit 2009 steht alles hier leer alles verfällt zusehens eigentlich schöne häuser man hätte schön drin wohnen können aber stattdessen dass man hier alles verfallen ja der letzte eigentümer ist hier die die man sehen können sind zuletzt noch neue fenster und türen reingekommen auch die sind mittlerweile alle eingeschlagen alles verwildert zusätzlich hier nach neustem stand dort hier alles im august oder september abgerissen ja wie man sieht ja wie man sieht Vielen Dank. 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 Vielen Dank.